Der Wohnraum. Unendliche Weiden. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seinen 14 Watt Akku 5 Stunden lang unterwegs ist, um neue Ecken zu erforschen, neuen Staub und neue Wollmäuse. Viele Meter von der Steckdose entfernt. Dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie zuvor einer gereinigt hat. Untertitelung des ZDF, 2020